Kreative Raumnutzung neu interpretiert. MINI feiert die Premiere des ersten Crossover-Modells für das Premium-Segment der Kleinwagen. Der neue MINI Aceman vereint kompakte Außenmaße mit möglichst viel Platz für die Insassen und einem rein elektrischen Antrieb. Damit wird eine Grundidee von Sir Alec Isigonis, dem Erfinder des Classic MINI, in die heutige Zeit übertragen. Maximale Raumausnutzung, bei minimaler Grundfläche verbunden mit einem modernen Antriebskonzept. Das progressive Design des neuen MINI Aceman ermöglicht auf knapp über vier Metern Länge fünf komfortable Sitzplätze. Mit innovativen Technologien erweitert MINI den Innenraum durch ein immersives digitales Nutzererlebnis. Der rein elektrische Antrieb des MINI Aceman verleiht dem MINI-typischen Go-Kart-Feeling einen neuen Schub. Die traditionellen Markenwerte ebnen zusammen mit modernen Assistenzsystemen und dem markentypischen Design den Weg von MINI in Richtung vollelektrischer Zukunft. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020